Okay, es geht weiter. Verdammt. Kevin, ich wäre auch froh, wenn Axel bei uns im Team geblieben wäre. Aber als ich diesen Blick in seinen Augen sah, wusste ich, dass ich ihn nicht aufhalten kann. Ich bin mir aber ganz sicher, dass er wieder zurückkommen wird. Daran besteht nicht der geringste Zweifel. Und bis das passiert, erwartest du, dass wir mit diesem eingebildeten Wuschelkopf zusammenspielen? Ich bin bereit, alles für meine Freunde zu tun. Oh, Marc, wenn Axel dann zurückkommt, wird der Bus voll mit den besten Spielern aller Zeiten sein, falls Axel zurückkommt. Falls, ja, falls. Und selbst wenn Frost so gut oder sogar noch besser als Axel ist, ich will mit dem Kerl keine Freundschaft schließen. Das geht einfach nicht. Wieso nicht, Mann? Warum nicht? Geh zu Nordhom für ein geheimnis Training. Yay, Blog-Eintrag. Äh, Info. Blog. Sean Frost ist sowohl im Angriff als auch in der Verständnis sehr stark. Ein echter Arunder. Mit seinen Fähigkeiten ist eine wertvolle Ergänzung für jedes Team. Er ist adjektiv und talentiert. Wie soll ich ihn da nicht hassen? Ein Tipp für dich, Frau Zeit. Nimm ab, du Fettsack. Ganz ehrlich, nimm ab. Äh, Cut. Und da ist der Platz auch schon. Komm. Fubuki. Im Japanisch schnell ist er so. Ist das hier dein Trainingstar? Äh, Arian? Ja, natürlich. Ist es nicht wunderbar? Hm, und wie genau trainierst du hier draußen in Frost? Na, so. Auf der Stelle gehen, oder was? Inwiefern war das jetzt gerade Snowboarden? Aber das ist doch ein Snowboard. Genau, wenn ihr schneller auf den Platz werden wollt, müsst ihr hier lernen, geschwind... Äh, hier... Müsst ihr lernen, geschwind wieder Wind zu sein. Etwa so. Das sind nicht mal Special Moves. What the fuck? Wow, er ist so schnell. Das sieht so cool aus. Der Schnee wird euch dabei helfen, schnell wieder Wind zu sein. Schnell wieder Wind? Aha, ich verstehe. Wenn wir uns schneller bewegen, schafft das auch unsere Sinne. Durch dieses Training steigen wir auch unseren Wahrnehmung oft im Spielfeld und außerhalb davon. Genau, dieses Training sieht sehr spaßig aus. Ich versuch's mal. Das war einfach kein Snowboarden. Jetzt kommt der nächste. Da hat aber jemand ein Talent für ihr beeindruckende Stürze. Mark, geht dir sehr gut? Warte, ich komme zu dir. Oh, ouch, au, au, au. Sogar Nathan legt sich lang. Geht es euch gut? Vielleicht ist es für euch ja noch etwas zu früh, um schnell wie der Wind zu sein zu wollen. Der Trick besteht darin, es nicht zu sehr zu versuchen. Entspannt euch einfach und habt Spaß dabei. Verflixt. Wie lange trainierst du hier schon? Ach, für mich ist das hier mehr zum Spaß. Ich habe hier draußen schon als Kind immer gespielt. Hey, Frust. Wir sind hier nicht, um uns in Zeiten mit Kindern im Spiel zu vergeuden. Die Raimundelf trainiert hart, um besser zu werden. Ich spiele nicht einfach so zum Spaß herum. Hartes Training? Das klingt ja wirklich langweilig. Was? Was erlaubst du dir eigentlich? Kevin, beruhige dich. Hey, beruhige euch. Ihr zwei müsst lernen, miteinander ausklarzukommen, wenn ihr gut zusammen spielen wollt. Sonst werdet ihr nie zu einem guten Sturm-Duo. Oh, werde ich denn nicht als einzige Spitze eingesetzt? Wie bitte? Alpine lässt Frost immer als einzige Spitze spielen. Daher gibt sein Gedankengang schon irgendwie Sinn. Aber Raimund ist nicht Alpine. So wird das nicht funktionieren. Frost kann bei uns im Team nicht so tun, als er der einzige Spieler auf dem Platz ist. Ich verstehe deinen Standpunkt, aber so spiele ich nun einmal. Ich bin mir nicht sicher. Es gibt eine bessere Methode, um das dritte Team stärker zu machen. Wie wäre es damit? Wie wäre es, wenn ihr einfach genau das tut, was ich euch sage? Du willst uns wohl auf den Arm nehmen? Ich kann mit dem Clown nicht spielen. Irgendwie riecht er mich auch gerade auf. Ich? Ich werde versuchen, das zu tun, was Frost sagt. Nathan! Ich muss genau so schnell werden wie er. Wenn ich auch nur die kleinste Chance haben will, den Fall von einem Spieler von Alice zu erobern, muss ich schneller werden. Ich muss mehr trainieren. Nathan! Hast du zwei Snowboards zum Trainieren hast? Das hier sieht aus, als wäre es länger nicht verwendet worden. Hast du früher mit jemandem zusammen trainiert? Wie? Das ist sein Bruder. Immer wieder Eltern. Die sind gerade reingekommen. Schau mal, ich bin ziemlich gut, was? Hm, klar. Aber nicht schon wieder in der Lawine. Das hat sie wie in ziemlich... Er hat sie wie in ziemlich groß angehört. Ich hoffe, ihr hört meine Geschwister nicht. Frost, was ist los mit dir? Ah, ah, ah. Was ist denn? Es ist doch nicht... Es ist doch nichts passiert. Bist du immer so nervös? Ah, ah, ah. Er kommt ja gerade. Hm, ich glaube, es steht mehr hinter... Mehr hinter Schauen, Frost, als man auf den ersten Weg meinen könnte. Darf ich jetzt trainieren? Komm. Frost, keine Snowboarden. Na, hast du was gesehen? Ich bin ziemlich gut, oder? Haha, Arturi, du bist eine geborene Snowboarderin. Jetzt kommt der Fettsack. Oh, ich kann nicht drinnen. Mein Kopf. Mir dreht sich alles. Hey, pass auf, äh. Pass auf, wo du hinfährst, du unbehalvenes Riesenbaby. Riesenbäbel. Huch, wo sind die Trainerin hin? Wie hat sie es nur wieder geschafft, sich davon zu schleichen? Sie kann's halt. Eure Trainer entziehen mich mysteriös, nicht wahr? Marc, es sieht so aus, als hätte jeder im Moment seinen Spaß. Aber insgeheim sind sie bestimmt alle besorgt darüber, ob sie Alice besiegen können. Es ist deine Pflicht als Käpt'n, dass sie den Mut nicht verliebt. Ich weiß, ich werde mal nachsehen, ob alles im Team in Ordnung ist. Hier fällt gerade wieder ein. Wenn du weiter hier trainieren willst, verrate ich dir ein Geheimnis. Siehst du das Blitzsymbol hier hinter dem Baum? Ja, endlich, kann ich das jetzt benutzen, oder was? Überall, wo du so ein Lauf in den Blitz findest, kannst du ein Spezialtraining absolvieren. Spezialtraining? So was hatten wir auch bei uns zu Hause. Ich frage mich, ob das hier dasselbe ist. Ich denke schon, du kannst Erdanten verwenden, um die Statuswerte deiner Spieler zu verbessern. Immer wenn du das Gefühl hast, dass deine Spieler etwas Training benötigt haben, sollst du hier so ihre Fähigkeiten verbessern. Praktischerweise verbessert Snowboarden und fahren die Geschwindigkeit deiner Spieler. Wenn du mehr über das Spezialtraining erfahren willst, fragst du aber besser ihn da hinten. Wen? Mr. Bear! Oh, der Bear ist wieder da! Stellt euch alle tot! Stellt euch mal so an, eigentlich ist er ziemlich knuddelig. Oh, knuddelig? Na warte, Frost. Ander Tag ist, welches jetzt hier zu reden? Wie auch immer, die Spezialtraining findest du übrigens an allen möglichen Orten. Sogar in deiner Heimatstadt kannst du solche Orte finden. Du kannst jetzt zum Turm gehen. Zum welchen Turm? Halt immer deine Augen offen, um alle Spezialtrainingen zu finden. Bis dann, Kuschelbärchen. Schau mich nicht so an. Äh, so geh ich an. Ich besteh. Ich besteh nur aus Haut und Knochen. Das sieht man ja. Lass uns auf jeden Fall so viel wie möglich trainieren, um alle unsere E-Land-Mut aufzuprochen. Mark, glaubst du nicht, dass du nicht zuerst um deine Mannschaft kümmern solltest, bevor du dich in den Training stürzt? Spezialtraining verbessert die Fähigkeiten einzelner Spieler. Trainingspunkte sind über das ganze Land verteilt. Vergiss, äh... Wie soll ich mich da rücken? Hier kannst du dir abmachen. Ja, will ich. Warte, wer ist schnell? Warte, der braucht nicht Geschwindigkeit. Hat der Geschwindigkeit 23? Warte, äh... Tori... Geschwindigkeit 24? 22? 22? 13? Ich traine dich sowieso nicht. Fahrzeug, ähm... Oh! Trainieren wir mal. Ah, okay. Okay, geht klar. Gehen wir mal zu meinem Team da hinten. Nathan hat anscheinend Probleme mit irgendwas. Okay, er trainiert gerade. Ich bin nicht so schnell genug, um Ellie zu besiegen. Muss ich, äh... Muss ich noch schneller werden? Hm. Hey Nathan. Mark. Danke, dass du dich dazu bereit geerklärt hast, mit Frost zusammenzuarbeiten. Du hast mir ganz... Du hast mir gesagt, dass wir uns noch stärker... Dass wir nur stärker werden können, wenn wir uns an... Wenn wir an uns arbeiten und offen wie neu sind. Das weit habe ich selbst nicht gedacht. Also ich glaube, dass du darauf hinaus wolltest, stimmt's? Wenn der Frost stärker schnitzen, werden wir uns dadurch alles verbessern. Aber um seine Stärke richtig nutzen zu können, müssen wir erst einmal den Ball von Ellie's erobern. Wenn das einer schafft, dann du. Schon bald wirst du schnell wieder gewinnt sein. Anscheinend kann das nicht. Und was passiert, wenn ich das Ende nicht schaffe? An sowas darfst du nicht einmal im Traum denken. Ich brauche mehr Kraft. Anscheinend kann das nicht sein, wenn wir uns nicht verletzen. Entschuldigung. Ich war wütend und ein wenig verwirrt. Vergiss es einfach. Wieder. Alles klar. Mach dir deswegen keine Sorgen. Training macht den Meister. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Mark, es tut mir leid, aber ich würde jetzt gerne ein bisschen alleine weiter trainieren. Hey Nathan. Hm. Hm? Oh, ich muss es gleich noch einmal versuchen. Kevin. Oh, hallo. Nach dem, was du gesagt hast, hätte ich nicht erwartet, dass du jetzt so hart trainierst. Wieso hast du deine Meinung geändert? Er sagte, dass wir Spaß haben sollten. Wenn wir gewinnen wollen, stimmt's? Und ich will unbedingt gewinnen. Wieder gegen Ellie, noch gegen Frost werde ich verlieren. Kevin. Gut, dann lass uns zusammen trainieren. Alles klar. Und da ist Frost. Und sein Bruder. Haha, hier drüben. Sean, du versuchst auch immer, mich einzuholen? Ich habe jetzt gehört, dass ich heute so habe und ich habe keinen Bock auf den Versuch. Nathan ist nicht im Team. Wähle den Menü-Spieler, um ihn wieder einzusetzen. Okay, ich kann jetzt trainieren gehen. Wo ist Nathan? Wieso habe ich diesen Wichser hier? Den will ich gar nicht. Ich will lieber den hier. Der ist besser. Ich bin ein Bergroger. Mir gefällt dein Blick, dass du... Ja, okay. Niemand will. Ja, okay. Was ist mal zu mal mehr Punkte? Also will ihr mit Bedacht... ...dass in den Blitzen dieser Ort... ... dieser Ort mit Blitzen, wo wir über das Land verteilt sind? Wo ist Nathan, Mann? Komm, ich gebe ihnen mal ein bisschen Training. Und... ...wärts. 29. Okay, ich gehe mal nach oben. Musst du schauen, ob da irgendwas jetzt ist? Da gäbe es auch noch ein paar Blitze hier. Hey, Mädchen. Marc, bist du etwa... Bist du was davon? Ich kann das nicht fassen. Endlich treffe ich jemanden. Ich wollte in Hokkaido in den Schuh fahren lernen. Dann habe ich mich total verlaufen. Ich glaube nicht, dass ich alleine wieder nach Hause finde. Darf ich bitte mit dir mitkommen? Ja, klar. Warum bist du jetzt hier? Ich schenke das jetzt nicht. Ich habe jetzt einen neuen Spieler gefunden, oder was? Die Schneeschmelzer. Rutschen wir mal. Und dann haben wir den Ball. So muss es sein. Okay, weiter geht's. Irgendwo war da noch ein Blitz. Das weiß ich da. Du erzählst, wenn wir als anderes. Das weiß ich. Und du? Kampfgeist, Kampfgeist. 29, 25, 24. Du brauchst es dringend. Was für ein Kampfgeist drin hier machen die? Inwiefern steigert ein Schneemann den Kampfgeist? Das kann mir auch keiner erklären, oder? Ja.